So reparieren Sie eine drahtlose Druckerverbindung für Drucker der Serie HP LaserJet M109-M112. Wenn Ihr Computer Ihren HP LaserJet-Drucker über die WLAN-Verbindung nicht erkennen kann oder die Meldung Drucker offline oder nicht verfügbar angezeigt wird, wenn Sie versuchen zu drucken, Führen Sie diese Schritte aus, um das Problem zu beheben. Versuchen Sie nach jedem Schritt in diesem Video erneut zu drucken. Wenn das Problem weiterhin besteht, fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort. Schritt 1 – Neustarten der Geräte Schalten Sie den Drucker aus. Schalten Sie dann Ihren Computer oder Ihr mobiles Gerät aus. Warten Sie eine Minute. Starten Sie den Router neu. Warten Sie drei Minuten. Schalten Sie den Computer oder das Mobile-Gerät ein. Und schalten Sie dann den Drucker ein. Warten Sie fünf Minuten und versuchen Sie dann, eine Verbindung zum Drucker herzustellen. Schritt 2 – Wiederherstellen des WLAN-Einrichtungsmodus auf dem Drucker und herstellen einer Verbindung zu einem Drahtlos-Netzwerk. Der WLAN-Einrichtungsmodus ist eine HP-Drucker-Funktion, die den Drucker auffindbar macht. Und die HP-Software dabei unterstützt, Ihren Drucker mit einem Netzwerk zu verbinden. Um Ihren HP Laserjet-Drucker in den WLAN-Einrichtungsmodus zu versetzen, verwenden Sie die folgende Tastenkombination. Drücken Sie die Taste Wiederaufnehmen-Abbrechen, um den Drucker aus dem Bereitschaftsmodus aufzuwecken. Halten Sie die Wireless-Taste länger als 20 Sekunden gedrückt. Wenn die Achtung LED zu blinken beginnt, lassen Sie die Wireless-Taste los. Der Drucker startet neu und die Wireless-LED beginnt zu blinken. Wenn Ihr Drucker bereits zu Ihrem Computer oder mobilen Gerät hinzugefügt wurde, deinstallieren Sie die alte Drucker-Software, bevor Sie versuchen, den Drucker zu finden und erneut hinzuzufügen. Entfernen Sie den Drucker aus dem Einstellungsmenü Drucker und Scanner auf Ihrem Gerät. Wenn Sie über die HP Smart-App verfügen, entfernen Sie den Drucker, indem Sie mit der rechten Maustaste auf das Druckerbild klicken oder es gedrückt halten und wählen Sie dann Drucker ausblenden. Bestätigen Sie bei entsprechender Aufforderung die Option zum Ausblenden des Druckers. Der Drucker bleibt zwei Stunden lang im WLAN-Einrichtungsmodus. Fügen Sie innerhalb dieses Zeitraums den Drucker mithilfe der HP Smart-App zu Ihrem Computer oder mobilen Gerät hinzu, um die Netzwerkverbindung herzustellen. Wenn Sie nicht über die HP Smart-App verfügen, können Sie sie kostenlos über 123.hp.com oder in Ihrem App Store herunterladen. Stellen Sie den Drucker und den Computer oder das Mobile-Gerät in die Nähe des WLAN-Routers. Wenn die Verbindung über einen Computer hergestellt wird, stellen Sie sicher, dass Ihr Computer bereits mit dem Netzwerk verbunden ist. Wenn Sie die Verbindung über ein Smartphone oder Tablet herstellen, stellen Sie sicher, dass Bluetooth, Standort und WLAN eingeschaltet sind und das Gerät mit dem Netzwerk verbunden ist. Wählen Sie auf dem Startbildschirm der HP Smart-App die Option zum Hinzufügen eines neuen Druckers aus und führen Sie die Schritte aus, um den Drucker einzurichten. Hinweis, wenn Sie aufgefordert werden, einen neuen oder vorhandenen Drucker einzurichten, wählen Sie die Option zum Einrichten eines neuen Druckers aus. Sobald der Drucker mit dem Drahtlos-Netzwerk verbunden ist, leuchtet die WLAN-LED blau. Dies bedeutet, dass der Drucker jetzt mit dem Drahtlos-Netzwerk verbunden ist. Schritt 3. Überprüfen der Drucker und Netzwerkverbindungen Wenn Ihr Drucker anzeigt, dass er mit dem WLAN-Netzwerk verbunden ist, Sie aber immer noch nicht drahtlos drucken können, könnte das Problem sein, dass Ihr Computer oder mobiles Gerät mit einem anderen Netzwerk verbunden ist. Der Drucker und Ihr Computer oder mobiles Gerät müssen mit demselben Netzwerk verbunden sein, damit drahtloses Drucken funktioniert. Öffnen Sie die Liste der verfügbaren Netzwerke und stellen Sie sicher, dass es sich um das richtige Netzwerk handelt. Wenn eine Verbindung hergestellt ist, wird neben dem Netzwerknamen ein Häkchen oder der Status verbunden angezeigt. Weitere hilfreiche Videos finden Sie auf unserem HP Support YouTube Kanal.